Vor genau 75 Jahren, am 8. November 1944, starb der berühmte österreichische Flieger Walter Nowotny. Sein Leben zu skizzieren, ja, dies würde einen viel längeren Beitrag in Anspruch nehmen. Aufgrund dessen, wegen seines heutigen Todestages, möchte der Sprachenrassist seinen Bruder Rudolf Nowotny sprechen lassen. Welcher seine Erinnerungen an seinen Bruder in einem Buch veröffentlicht hat. Hierbei soll es sich nicht primär um das Leben von Walter Nowotny handeln, sondern vielmehr um die letzten Stunden bzw. die letzten Tage, als auch das, was danach alles passiert ist. November 1944. Noch einmal hatten sich die Fronten um Deutschland gefestigt, aber es war klar, dass das Kampfgeschehen in die letzte Runde eingetreten war. Tag für Tag flogen die Bomberströme ins Reichsgebiet ein, warfen ihre todbringenden Lasten fast ungehindert in die deutschen Städte. Die ME-262, die die Rettung hätte bringen können, war noch immer zu unentwickelt. Alles Mühen, alles Wagen half nichts. Es musste noch geübt, es musste gebessert, es mussten Voraussetzungen geschaffen werden. Auch oben war man nervös geworden. Allzu deutlich war hervorgetreten, dass in die berühmte deutsche Kriegsmaschine Sand geraten war. Misstrauen regierte. Wer hielt zu wem? Die Wolke der kommenden Katastrophe überschattete die Gemüter und bald auch die Gehirne. Da erschien eines Abends ein Generaloberst aus dem Oberkommando auf dem Flugplatz Achmer, um sich den Betrieb im Einsatz anzusehen und mit dem Kommandeur Nowotny Erfahrungen zu besprechen. Gereizt, wie die Stimmung damals war, geriet er mit Walter bald in eine erregte Auseinandersetzung. Der hohe Besuch verstieg sich schließlich zu der Behauptung, die älteren deutschen Jagdflieger seien feige geworden und nichts sei nötiger als eine Blutauffrischung. Der General machte den Vorschlag, junge Piloten in die geplanten Volksjäger zu setzen. Die vielen schneidigen Jungen, die vom Segelflug direkt auf den Turbojäger umgeschult wurden, sollten unter allen Umständen bei jedem Feindflug einen Abschuss erzielen. Aber auch die erfahrenen Flieger auf der schweren ME-262 sollten in dem nun hereinbrechenden letzten Entscheidungskampf bis aufs Äußerste kämpfen. Quacks, der damals seine Ausbildung in der ME-262 gerade hinter sich hatte und Zeuge des Gesprächs war, berichtet darüber. Novotny geriet über die Ausführungen des Generals in Wut, hatte der andere doch seine Jäger, von denen jeder bis zum Äußersten gekämpft hatte, geradezu als Feiglinge bezeichnet. Novotny erklärte scharf, dass das alles Wahnsinn sei. Man solle lieber alten, erfahrenen Fliegern, 1500 bis 2000 Turbojäger, zur Verfügung stellen und ihnen 6 bis 8 Wochen Zeit geben, um sich richtig darauf einzufliegen. Nichts gegen den Nachwuchs, meinte Novi, der ist wirklich ausgezeichnet und bringt großen Mut und die richtige innere Einstellung zur Fliegerei mit. Aber die Kurzausbildung wird immer wieder ihre Nachteile zeigen. Früher dauerte die Flugausbildung fast zwei Jahre und heute werden diese jungen Burschen schon nach einem halben Jahr auf Jagd geschickt. Früher kamen zwei bis drei Junge unter die Fittiche von 12 bis 14 erfahrenen Piloten, die auf sie achteten, wie auf ein rohes Ei. Heute ist es so, dass die Jungen kaum mit dem Flugzeug umgehen können und schon allein gegen den Feind losgeschickt werden. In einer Staffel sind heute 10 junge Piloten und höchstens noch 2 bis 3 kampferprobte Männer. Dazu kommt noch, dass die Übermacht groß ist wie nie zuvor. Einer deutschen Staffel stehen oft 100 bis 500 Feindflugzeuge gegenüber. Sie sehen doch ein, dass das Programm, das sie von oben her mitbrachten, für den Nachwuchs ein ausgesprochenes Leichenbegängnis wäre. Schließlich stimmten der Generaloberst und der mit ihm zu Besuch erschienene Generalleutnant Galland diesem Vorschlag zu. Da sie selbst einmal Piloten waren, wussten sie genau, wie es in den Fliegerherzen hämmerte und dass es in der deutschen Luftwaffe niemals ein feiges Drücken gegeben hat. Novotny verlangte nun noch Auskunft darüber, wie es käme, dass trotz der schweren Verluste unter den Flugzeugführern alte erfahrene Piloten durch merkwürdige Befehle zum Erdeinsatz gekommen sind, um, wie es in der Lanzersprache ausgedrückt wird, dort verheizt zu werden. Soweit Karl Schnörers Bericht über die erregte Auseinandersetzung. Das war des alten Novotny Sohn, dem einst in jungen Jahren der Vater in sein erstes Tagebuch die Worte schrieb, Am Abend des 7. November 1944 hatte dieses Gespräch stattgefunden. Zum Bericht über das, was dann am nächsten Tag, am Morgen des 8. November 1944, auf dem Flugplatz Achmer geschah, überlasse ich wieder das Wort dem damaligen Adjutanten meines Bruders, Leutnant Karl Schnörer. Auf dem Gefechtsstand wurden die Einsätze besprochen. Garland, der mit General K. noch immer anwesend war, sagte zu Novotny, Ich brauche Sie heute am Gefechtsstand zur Leitung der Einsätze. Sie können heute nicht fliegen. Wenige Minuten später wurden mehrere große Einflüge gemeldet. Unsere erste Rotte hing bereits in der Luft. Durch Sprechfunk verfolgten wir die sich anbahnenden Kämpfe. Die zweite Rotte unter dem erfolgreichen Leutnant Schall wurde den feindlichen Pulx entgegengeschickt. Schon wenige Minuten später kam Nachrichtenleutnant PR Punkt aus seiner Kabine herausgestürzt. Das Funkzeichen von Schall hat aufgehört. Ein anderer ist notgelandet. Schall muss in der Nähe von Bramsche abgestürzt sein. Da schwoll Novotny eine Ader auf der Stirn. Er hielt es nicht mehr länger aus, untätig zuzusehen oder zuzuhören, wie ein Kamerad nach dem anderen ausfiel. Er rannte hinaus, sprang in seinen Wagen und rief, Herr General, so schwer es mir wird, ich fliege und zeige Ihnen, dass man auch noch Erfolge erzielen kann. Alle Rufe, Novotny, kommen Sie doch zurück, waren vergebens. Mit seinem Auto fegte Novi über den Platz. Gleich darauf jagte er in seiner ME-262 mit dem alten Traditionszeichen des 54. Geschwaders, dem grünen Herz und der weißen Acht in den Himmel. Durch die aufgerissene Wolkendecke sahen wir ganz in der Nähe des Platzes einen Pulk viermotoriger Bomber. Schon donnerten feindliche Jäger im Tiefangriff über den Platz. Novotny steuerte auf die Bomber zu. Wie ein Blitz kam er an die vier Motorigen heran und eröffnete auf einen schweren Vogel das Feuer. Größere Teile lösten sich, schon explodierte der Amerikaner. Aber keiner von uns sollte sich über diesen Sieg freuen. Ach du Scheiße, 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 meine Turbinen, meine Turbinen. Ach Gott, ach Gott, schrie Novotny durch das Sprechfunkgerät. Es war ein verzweifeltes Toben. Alle Augen blickten zum Himmel, wo seine ME-262 immer steiler und steiler herunterstürzte. Mehrere Mustangs jagten von allen Seiten hinter dem todwunden Flugzeug her. Eine weiße Fahne zeigte sich am Kabinendach. Gott sei Dank, atmeten wir auf. Er kann noch abspringen. Aber die Fahne des Fallschirms löste sich nicht mehr vom Flugzeug. Immer rasender wurde der Sturz. Jeder von uns wusste jetzt, aus dieser Lage gibt es keine Rettung mehr. Senkrecht bohrte sich das Flugzeug in die Erde. Während wir die Fontäne des Aufschlagbrandes empor schießen sahen, heulte wie ein grilles Pfeifsignal der Schall des bereits abgestürzten Flugzeuges noch einmal über unseren Gefechtshügel. Trotz des Lärms der zahlreichen Viermotorigen schien die Welt nach diesem letzten Aufheulen, das mir wie ein Abschiedsgruß in Erinnerung blieb, plötzlich still wie ein Friedhof. Ich war wie taub und in unsäglichem Schmerz ließen mich alle meine Sinne im Stich. Nach einigen Sekunden starrer Verzweiflung wandte ich mich zur Seite. Gallant und der General kamen auf mich zu. Sie wussten, dass Novi und ich in tausend Kämpfen ein Herz und eine Seele geworden waren. Als sie mir ihr Beileid ausdrückten, saßen auch in ihren Augenwinkeln Tränen. Deutschland hatte seinen erfolgreichsten Flieger verloren, ich aber meinen besten Kameraden und Freund. Im Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von Novotnys Tod. Hauptmann W. und ich fuhren mit dem Auto des Gefallenen, in dem noch seine Mütze lag, zur Absturzstelle. Gedecke, sein Fahrer, saß weinend am Steuer. Wir waren bald am Ziel. Gedecke setzte zum letzten Mal die Standarte des Kommandeurs neben den Kühler. Dann half er die sterblichen Überreste Novotnys zu bergen. Die Mütze, die Novotny auf allen Kampfplätzen bei sich hatte, legte er dem Toten auf die Brust. Im Schritt fuhren wir zurück. Heldentum und Tragik sind nicht nur in unserer Zeit Schicksal verbunden. Denken wir an das Priamus Klage um Hector, wie der Dichter Homa sie vor drei Jahrtausenden besang, der die Stadt und uns alle beschirmte. Diesen erschlugst du jüngst, da er kämpfte den Kampf für die Heimat. In der schöneren Straße fand ich den greisen Vater in bewundernswerter Haltung, die gute Mutter aber völlig gebrochen. Nach Hubert, ihrem zweitältesten Sohn, der als Oberleutnant und Batterieführer seit Stalingrad vermisst war, hatte ihnen das grausame Schicksal nun den Jüngsten genommen. Es hat nur indirekt mit Walter zu tun und doch gehört es hierher. In diesen traurigen Tagen erschien ein Oberst des Wehrkreiskommandos in der elterlichen Wohnung und eröffnete mir im Beisein des Vaters, dass er, obwohl die Verordnung über die Befreiung der letzten Söhne vom Frontdienst längst außer Kraft sei, meine Verwendung im Heimatherr veranlassen könne, wenn dies Vater und mein Wunsch sei. Nie werde ich vergessen, wie damals mein Vater seinen Blick erhob und mich unverwandt ansah. Ich sagte nur oberst höflich, denn sein Vorschlag war als Freundschaftsdienst gedacht, mein einziger Wunsch sei, zu den Kameraden meiner Kompanie zurückzukehren. Wie hätte ich vor dem toten Bruder bestehen können, wenn ich anders geantwortet hätte? Als der Oberst das Zimmer verlassen hatte, stand Vater langsam auf und drückte mir wortlos die Hand. Als Vertreter der Familie wohnte ich dem Empfang der sterblichen Überreste meines Bruders am Wiener Ostbahnhof bei und geleitete den Sarg zu Wiener Hofburg. Dort fand dann am 15. November 1944 im großen Zeremoniensaal der feierliche Staatsakt statt. An der Stirnseite des Saales stand der Sarg, bedeckt mit der Reichskriegsflagge. Auf ihm lagen Offizierstegen und Fliegermütze des Bruders, daneben eine kleine rote Rose, letzter Gruß von unbekannter Hand. Kameraden seines Geschwaders mit hohen Auszeichnungen hielten die Ehrenwache. Dieses Bild wurde überragt von einem mächtigen eisernen Kreuz, dem Sinnbild deutscher Tapferkeit. Nachdem als erster der allzeitgetreue Quacks als Ordenskissenträger dem Toten die letzte Ehre erwies, trat später der Brillantenträger Oberst Gullup an seine Stelle. Auf schwarzem Samt leuchteten die Auszeichnungen, wie sie nur die tapfersten erringen, das Spiegelbild eines jungen Heldenlebens, wie es Walter gelebt und erfüllt hatte. Einen Monat später wäre er 24 Jahre alt geworden. Ich vermag die Gefühle nicht wiederzugeben, die in mir tobten, als die Klänge des Trauermarsches aus Götterdämmerung und später Beethovens Eroika aufrauschten. Ich habe immer nur den Sarg gesehen. Man möchte meinen, dass die Geschichte von Walter Nowotny, seinem kurzen Leben, seinem kühnen Aufstieg, seinem tragischen Tod nun zu Ende sei. Sie ist es nicht. Wenige Monate nach der Trauerstunde war das Schicksal des allzu stolz, vielleicht allzu herausfordernd gedachten Großdeutschen Reiches besiegelt. Die deutschen Lande wurden in Ost und West von wütenden Siegern überflutet, die niedertraten, was sich in die Wege stellte und auszulöschen entschlossen waren, was je an deutscher Größe oder gar an deutsches Soldatentum erinnerte. Auf den Wiener Ehrengräbern ließen die Russen Kühe weiden. Trotzdem hatten sie Walter nicht vergessen. Ich war mit meiner Kompanie bei Kriegsende in sowjetische Gefangenschaft geraten. Und auf meinem jahrelangen bitteren Weg durch die russischen Lager bin ich immer und immer wieder vernommen worden. Meine eigene militärische Laufbahn interessierte die NKWD-Beamten herzlich wenig. Sie forschten mich nur stets aufs Neue über Walter aus, der so lange der Schrecken der russischen Flieger gewesen war. Sie wussten natürlich das Ende und sie kannten das Grab. Waren sie doch damals die Herren Wiens. Aber sie wollten das alles nicht wahrhaben. Immer wieder forderten sie von mir Angaben über Walters jetzigen Aufenthaltsort. Sie wollten unbedingt eine Untergrundfigur aus ihm machen. Im Kameradenkreis haben wir uns hinter dem Stacheldraht oft gefragt, was wohl aus den in die Hände des Russen gefallenen Assen der Fliegerei und Trägern höchster Tapferkeitsauszeichnungen geworden sein mochte. Über allem stand damals ein großes Fragezeichen. Wir waren ein Sandkorn im Meer der russischen Weite und konnten nur ahnen, was wir heute wissen. Hatte ich erschüttert am Sarge Walters gestanden, so war ich jetzt froh. All der Hass und Geife erreichten ihn nicht mehr. Er starb für die Ideale, für die er gekämpft hatte und brauchte nicht mehr zu erleben, wie sie in Bausch und Bogen in den Schmutz gezerrt wurden. Ihm blieb erspart, was uns alle gebeugt, manche zerbrochen hat. So jung er war, er starb auf der Höhe seines Lebens. Jahre später wurde noch ein weiterer Nachruf zu Walters Tod veröffentlicht. Er stammt nicht von einem Kameraden, sondern von einem ritterlichen Gegner. Der große französische Jagdflieger Pierre Clustermann, der im Herbst 1944 mit dem Kommando Novotny zu kämpfen hatte, erzählt in seinen Erinnerungen, Anmerkung Pierre Clustermann, die große Arena, deutsche Ausgabe Bern 1951, Seiten 254 fortführend, von dem Abend, an dem der Tod Walters bei der Royal Air Force bekannt wurde. Walter Novotny ist gefallen, unser Gegner vom Himmel über der Normandie und über Deutschland. Die Luftwaffe, deren erklärter Held er war, wird seinen Tod nicht lange überleben. Er wirkt wie ein Schlussstrich unter diesen Luftkrieg. Sein Name fällt diesen Abend oft im Gespräch in der Mees. Wir sprechen von ihm ohne Groll und Hass. Jeder ruft in einem Ton der Achtung, ja beinahe der Zuneigung, die Erinnerungen wieder herauf, die ihn mit ihm verbinden. Es ist das erste Mal, dass ich diesen Ton in der Royal Air Force vernehme. Zum ersten Mal auch erlebe ich, wie sich eine merkwürdige Solidarität zwischen allen Jägern offen Ausdruck gibt. Eine Verbundenheit jenseits der einzelnen Tragödien und jenseits aller Vorurteile. Dieser Krieg hat fürchterliche Menschenmassaker gesehen. Städte, die in Schutt und Asche fielen unter den Bomben. Die Schlechtereien von Oradeu, die Ruinen von Hamburg. Uns selber wurde manchmal das Herz schwer, wenn wir unsere Geschosse in einem feindlichen Dorf explodieren sahen. Frauen und Kinder hinmähten, die um den Panzer standen, den wir angriffen. Solchen Dingen gegenüber waren die Kämpfe mit Novotny und seinen Messerschmitts etwas Sauberes. Weiter haben über die Kämpfe des Heeres am Boden, die in Staub und Blut, im Donnern der kriechenden, stinkenden Raubmohngeheuer ausgefochten wurden. Darüber aber grüßen wir heute einen tapferen Feind, den das Schicksal ereilt hatte. Erkläre Novotny zu einem der unseren, der teilhatte an unserer Welt, in der weder Ideologien noch Hass noch Grenzen zählen. Diese Kameradschaft hat nichts zu tun mit Patriotismus, Demokratie, Nationalsozialismus oder dem Gedenken an die Menschheit. Alle spüren das heute instinktiv. Die, die Achseln zucken, können es nicht verstehen. Sie sind keine Jagdflieger. Alle waren schlafen gegangen. Nur Bruce Cole, Clark, Brooker und ich verweilten noch bei der Betrachtung der Flugzeitschrift der Adler, die wir in Goch gefunden hatten und die einen illustrierten Artikel über Novotny enthielt. Da war sein Porträt am Tage aufgenommen, an dem er Brillanten Eichenlaub und Schwerter zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes erhalten hatte. Die höchste militärische Auszeichnung der Deutschen. Das Gesicht eines müden Kindes, ein wenig traurig, aber mit energischem Mund und Kinn. Zeit ins Bett zu gehen, sagte plötzlich Brooker. Schade, dass dieser Typ nicht unsere Uniform trug. Er wäre ein feiner Kerl gewesen. Der unerwartete Erfolg, Anmerkung des Sprachenrassisten, damit meint Rudolf Novotny dieses Buch hier, sogar durch die Maschen des Eisernen Vorhangs konnte das Buch nach Mitteldeutschland und Polen gelangen, veranlasste gewisse Leute nach Mitteln und Wegen zu suchen, um eine weitere Verbreitung dieses Buches zu verhindern. Schließlich musste sich auf Antrag einer Bremer Senatorin die in Bonn amtierende Bundesprüfstelle für jugendgefährdendes Schrifttum mit der Indizierung des Buches befassen. In einer Gegenerklärung des Verlages wurde der Vorstoß der Bremer Senatorin beantwortet. In Punkt 5 meiner persönlichen Erklärung habe ich damals festgestellt, Die Antragstellerin bezichtigt mich, den Bruder als einen Sportler geschildert zu haben, der seine Leistungen als Jagdflieger gewissermaßen wettbewerbsfähig zu entwickeln trachtete, als ob der Gegner im Luftkampf sich wie ein Kaninchen oder eine Wildente verhalten hätte. Ich glaube, dass keine im Buch enthaltene Kampfschilderung, wenn man sie im Zusammenhang liest, eine derart abwegige Deutung zulässt. Wer, wie ich, als Offizier, zuletzt Oberleutnant und Kompanieführer und anschließend in mehrjähriger russischer Kriegsgefangenschaft den Krieg in all seinen Härten kennengelernt hat, ist gewiss der Letzte, der ihn verharmlost und den bitteren soldatischen Kampf durch Vergleiche mit risikolosem Sport abwertet. Natürlich war mein 20 Jahre alter Bruder ein Draufgänger und kein Philosoph und ohne die Dokumente zu fälschen, konnte ich ihn nicht anders schildern, als es sich seinen Kameraden zeigte. Aber jede Durchsicht des Buches beweist, dass das ernste Erlebnis des Krieges von Seite zu Seite stärker in den Vordergrund tritt. Das tragische Ende muss, wie ich glaube, gerade den jugendlichen Leser zutiefst beeindrucken. Und im Schriftsatz meiner Mutter heißt es, als Mutter dreier Söhne, von denen mir der Krieg nur einen am Leben ließ, habe ich den Antrag der Senatorin, mir wissen, mit wehmütigem Staunen gelesen. Ist so viel Hass möglich? Soll das ein Dank des Vaterlandes an meine beiden im Krieg gefallenen Söhne sein? Ich kenne das Gedenkbuch, das man unter Schmutz und Schund einreihen will, natürlich genau. Nach meiner Ansicht schildert es meinen Sohn Walter so, wie er wirklich war und es kann, glaube ich, kein normaler Leser auf den Gedanken kommen, er sei nur ein Geist und seelenloses Abschussgenie gewesen. Meine Herren von der Bundesprüfstelle, sie mögen das kleine Buch verbieten. Für mich, meine Enkel und sicher für manche andere schlichte Menschen wird es vielleicht doch so etwas wie ein Denkmal bleiben. Weiter hieß es, Unverständlich war schon damals, dass das österreichische Bundesheer als der berufene Vara soldatischer Tradition eine Teilnahme an den Feierlichkeiten ablehnte. Major Walter Nowotny, Österreichs einziger Brillantenträger, neben Oberst Gullob, existierte für das Landesverteidigungsministerium nicht. Gründe für diese Einstellung der zuständigen Stellen wurden der Familie nie bekannt. Bezeichnend, dass auch der Innenminister Soronik der Bundesregierung selbst Luftwaffenangehöriger und Waffenkamerad meines Bruders im Zweiten Weltkrieg in der gleichen Einstellung wie seine Vorgänger beharrte. Als dann schließlich die Staatspolizei, die alljährlich am Totengedenktag die Besucher des Ehrengrabes zu überwachen hatte, am 30.10.1968 die 83 Jahre alte Mutter beim Herrichten des Grabes befragte, was sie dort mache und wer sie sei, habe ich diesen Tatbestand zum Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage durch den Abgeordneten zum Nationalrat, Prim Dr. Skrinski, machen lassen. Österreichische Zeitungen haben sich damals empört mit Titeln wie Gruftspione unter anderem diese Angelegenheit angenommen. So berichtete unter anderem die Wochenzeitung der Sudetendeutsche am 22. November 1968 unter der Überschrift Gruftspionage in Wien über diesen dramatischen Zwischenfall am Grab des Eichenlaubträgers Walter Nowotny. Während die österreichische Öffentlichkeit durch die kürzlich aufgedeckten Spionageskandale aufs Äußerste beunruhigt ist, sucht die Staatspolizei nicht in den Diensträumen bestechlicher Beamter, nicht in den Garnisonen für den Gegner arbeitender Soldaten und nicht in den Versammlungslokalen der Kommunisten nach Staatsfeinden, sondern unter der Erde, genauer gesagt auf dem Friedhof. So wurde am allerheiligen Tag das Ehrengrab des gefallenen Jagdfliegers Walter Nowotny auf dem Wiener Zentralfriedhof von zahlreichen Beamten der Staatspolizei unauffällig beobachtet. Ist es in den Augen der Staatspolizei eine staatsfeindliche Handlung, wenn jemand an der letzten Ruhestätte des Brillantenträgers und Ehrenbürgers von Wien ein Gebet spricht, eine Kerze anzündet oder Blumen niederlegt und dies an einem Tag, welcher ausdrücklich dem Gedanken an die Toten geweiht ist? Ermangelt es dann nicht der Pietät, der Achtung vor der Majestät des Todes? Gemeinlich pflegt man die Gegensätze nach dem Tod eines Menschen zu begraben. Das gehört zu den christlichen Pflichten, für die armen Seelen zu beten. Sogar ein Gebet am Grabe eines Verstorbenen ist also ein gutes Werk, ein Akt der christlichen Liebe. Umso sehr muss dies aber für einen tapferen Soldaten gelten, der während seines kurzen Erdendaseins ehrlich gelebt und sein junges Leben für die Heimat, nicht zuletzt auch für Österreich und Wien, geopfert hat. Für den Jagdflieger Nowotny ist nicht sehr die Staatspolizei, sondern Gott als sein oberer Richter zuständig. Die besondere Abwegigkeit dieser Gruftspione zeigt sich auch daran, dass englische Flieger noch während des Ersten Weltkrieges bei der Beerdigung des gefallenen Kampffliegers Freiherr von Richthofen einen Kranz abwarfen, um ihren toten Gegner auf ritterliche Weise zu ehren. Solche Maßnahmen sind selbst dann empörend, wenn sie von atheistischen Marxisten getroffen werden, obwohl man bei diesen kein Verständnis für religiöse Dinge voraussetzen kann, da sie die Religion und alles, was damit zusammenhängt, bekanntlich seit jeher als Opium für das Volk betrachten. Völlig unverständlich ist es aber, wenn solches unter der Verantwortung einer Regierungspartei geschieht, die sich ausdrücklich als christliche bezeichnet. Soviel zu den genauen Schilderungen. Wer aber denkt, es wäre damit schon fertig? Es sollten einige Jahre ins Land ziehen. Bis zum Ende der 90er. Erst Ende der 90er Jahre begannen sich die Wiener Grünen an der Tatsache zu stoßen, dass der Nazi-Pilot Nowotny in einem Ehrengrab lag, noch dazu in unmittelbarer Nachbarschaft des Ehrengrabs von Rosa Jochmann, einer Widerstandskämpferin des Zweiten Weltkriegs. Am 23. Mai 2003 wurde bei einer Sitzung des Wiener Gemeinderats von den Grünen der Antrag auf Aberkennung des Ehrengrabstatus eingebracht und mit den Stimmen der Grünen und der SPÖ beschlossen. Begründet wurde der Entschluss damit, dass der Abschuss von 250 alliierten Piloten keine Leistung sei, für die man ein Ehrengrab erhalten sollte, dass Nowotny kein völlig unpolitischer Wehrmachtsangehöriger war und als Mitglied der NSDAP gestorben ist. Die ebenfalls geforderte Verlegung des Grabes war nicht möglich, da Nowotny's Grab als Kriegsgrab unter besonderem Schutz steht. Stimmte gegen die Aberkennung. Sie lehnte die Vorgehensweise ab und regte die Einführung einer Ehrengräberkommission an, die die Rechtmäßigkeit von allen Ehrengräbern untersuchen sollte. Sollte die Kommission eine Aberkennung empfehlen, dann würde auch die ÖVP allen entsprechenden Antrag zustimmen. Zum heutigen Stand ist das Grab Nowotny's schon zweimal geschändet worden. Der Sprachenrassist möchte mit Worten Walter Nowotny's enden. Was schert uns das heute, was das gestern? Für das Morgen müssen wir leben und kämpfen. Aus Trümmern und Bombentrichtern wird Deutschland neu erstehen. Alle hässlichen Wunden, die das gestern und heute unserem Vaterland geschlagen hat, werden wieder vernarben. Ich denke viel, seit ich hier unten und oft mit mir allein bin. Ihr wisst, dass ich kein Fantast bin. Das Nachdenken bringt was ein. Ich bin doch noch so jung und bin froh, dass ich die Anlage und die Gelegenheit habe, an mir zu arbeiten, nicht nur an meinen Schülern.